Die vierteilige Teleskop-Märzweckleiter von Sarges kann mit wenigen einfachen Handgriffen an die gewünschte Arbeitshöhe angepasst werden. Eine der flexibelsten und vielseitigsten Leitern auf dem Markt. Sie kann als Anlegeleiter, Stehleiter oder als treppengängige Leiter genutzt werden. Die maximale Gesamtbelastung liegt bei 150 kg. Eine breite Standbasis an der Unterleiter gibt beste Standsicherheit, sei es für Arbeiten im Innen- oder Außenbereich, in großer oder geringer Höhe oder auch an ungünstigen, schwer zugänglichen Bereichen. Sie kann genauso einfach wieder zusammengeklappt werden und wird so zu einer kompakten, leicht zu handhabenden Leiter, die platzsparend transportiert und gelagert werden kann. Mit einer Garantie von 10 Jahren sowie einer langjährigen Ersatzteilversorgung bietet Sarges auch nach dem Kauf maximalen Service. Decken Sie mit der Sarges Teleskop-Märzweckleiter viele unterschiedliche Einsatzbereiche mit nur einer Leiter ab. Decken Sie mit der Sarges Teleskop-Märzweckleiter